Rote Rosen, das passiert in der nächsten Folge Rote Rosen, Vorschau für Montag, 27. Februar 2023, Folge 3723 Sandra, Theresa Hüppchen, verschweigt ihren Hochzeitstraum vor Matthias, Mocke Schneider. Erzählt ihm dann doch davon. Bevor es aber zu einem längeren Gespräch kommen kann, erfahren sie, dass Niki, Lucy Hellenbrecht, im Krankenhaus liegt. Simmen, Tore Lütje, macht sich über die Lies, Idealkanal, Lieblingsserie lustig, auf die Aufforderung, freundlicher zu sein, entschuldigt er sich aber später. Dina, Katja Frenzel, könnte operiert werden, hat aber Angst, später keine Kinder mehr bekommen zu können. Außerdem vermisst sie Ben, Hakim Michael Metzian i. Nettes, Sarah Masuch, aus Rutscher gegen Konoski rettet ihre eigene Spedition. Denn Konoskis Spedition steht für einen Tag still und Hansen gibt ihr den Auftrag. Rote Rosen, Vorschau für diese Woche Rote Rosen, Vorschau für Dienstag, 28. Februar 2023, Folge 3724 Ein Schock, Niki wurde wahrscheinlich von der kriminellen Bande niedergeschlagen, welche Rennpferd Diabolo gestohlen hat. Sandra, Theresa Hüppchen, steht zwischen Matthias, Mocke Schneider, und Bernd, Tim Eurig-Stöneberg, und kann sich nicht entscheiden. Britta, Jelena Metschke, Will Hendrik, Jerry Quading, nicht mehr operieren lassen fliegt seine Sucht auf? Gunther, Hermann Tölke, schafft es? Durch die Hilfe von Merle, Anja Franke, den Rückfall und seine Gefühle in einem Brief auszudrücken. Gunther, Hermann Tölke, Schleuze, 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 Schle